Ja, und während ihr euch unseren kleinen Unfall mal anschauen könnt, möchte ich noch etwas Werbung machen, und zwar für unseren Partner Magnetar. Und zwar könnt ihr Montag, dem 24. Januar, das ist der Tag nachdem dieses Video rauskommt, bis zum 14. März 2022 10% im Magnetarshop bei einem Einkauf sparen, wenn ihr den Rabattcode Maskottchen Co. benutzt. Wir verdienen daran auch ein kleines bisschen mit, ohne dass ihr extra zahlen müsst, aber wenn ihr euch ein Magneten kauft, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Dabei könnt ihr wie gesagt gerne unseren Rabattcode benutzen für diese 10%. Schickt uns auch gerne ein Screenshot davon per Instagram, dann werdet ihr im nächsten Video vielleicht sogar eingeblendet. Bis zum nächsten Mal. So ihr Lieben, wir sind mal wieder unterwegs. Diesmal sind wir in Königs Wusterhausen. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg rüber zu den anderen Jungs. Die sind schon dabei, einem Angler zu helfen. Da hängt wohl die Angelroute an einem Einkaufswagen fest. Hier werden wir nachher auch mal eine Runde angeln, sobald die anderen Angler da unten weg sind. Schöne Ecke auf jeden Fall. Hier hatten wir letztes Mal dieses richtig schöne alte Schwert, hatten wir hier, dieses preußische. Auf der Seite. Wir können nur auf der einen Seite fischen. Oh, schnell weg. Auf, dann kommt's, kommt's. Schnell weg hier. Hier drüben geht's nicht. Hier ist Schleusenbereich. Da ist nicht aber auf der anderen Seite von ganz da hinten. Gehen wir nachher auch nochmal gucken, was es so gibt. Ja, aus Gott, ich würde ein paar Bilder einblenden nachher. Er ist ein Livestream jetzt gerade. Werden wir mal sehen. Wünschen uns Erfolg. Ich lauf mal rüber. Bis gleich. Und auf geht's zum ersten Wurf. Hallo. Jetzt holen wir auch gleich. Und eine Batterie habe ich hier. Und ich habe schon wieder Geld. Schon wieder. 5 Pfennig von 86. Das riecht doch nach hier. Oh, ist es per Woll gewaschen oder neues sei hier, Matze? Das ist das, was du mir letztes mit dir gemacht hast. Ach, das ist das Neue. Das erste Mal Wasser heute. Uuuuuh. Ja, mal gucken. So. Wie kann man uns Geld spenden? Na, hier theoretisch geht es auch irgendwie. Weiß ich nicht genau. Ansonsten natürlich gibt es auch einen Insta. Quatsch, einen PayPal-Link bei uns drin. So, drüben Sie das Gotti jetzt erstmal. Der da angelt. Panzer wäre natürlich auch lustig, ja. Wir wissen ja, wo die Panzer liegen. Aber die sind so metallisch. Ich glaube, die wollen wir gar nicht haben. Tiger. Tiger 1, ja. Genau. So, Scotty, komm. Wir warten auf dich. Wir wollen gucken. Hier reinfällt? Ja, genau. Yo, Scotty, go. Yo, Scotty, go. Was hast du denn da? Da kommt schon wieder was. Der hat schon ein halbes Fahrrad. Oh, da gibt es das erste Telefon. Hier gibt es schon Müll. Hier gibt es den Huawei. Coole Nummer. Da hat wohl nicht geholfen hinten der Button drauf, wa? Nö. Aber es geht bestimmt nicht mehr. Hihihi. Gibt es schon einen Fahrradkorb. Ganze. Mülleimer gibt es hier schon. Da hinten ist Tobi auch am machen. Genau. Magnetwischung, Maskottchen und Co. weiter so alle. Oh, da kam gerade ein... Oh, was ist denn das hier? 10 Euro? Von wem kommt das denn? Hey. Ich habe gerade nicht gesehen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ah, Our World. Danke, danke, danke. Das ist aber echt verliebt von dir. Haben gerade ein... Wie nennt ich das? Donations gekriegt, heißt das doch, glaube ich. Oder, Scotty? Was? 10 Euro haben wir bekommen. Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Oh! Oh! Der Löw da mit seinem Fassel ist jetzt durchgeholt. Also doch! Aber hier, warte! Der liebt mir doch gleich den Eikofahrer rein. Oh! Wie handelt das Ding? Echt? Boah! Oh! Oh! Super, danke! Für irgendwas ist das so süß. Für irgendwas ist das so süß. Mülleimer! Ja! Oh! War das jetzt schwer? Oh! Mit Beton, Alter! Was macht denn so eine Pisse? Ganz ehrlich, ey! Da ist der Bike! Da ist der Bike! Da ist der Bike! Hast du's? Ja! Aber ich hab ja auch was anderes. Und da wir unseren Anhänger auch kaputt gemacht haben, müssen wir ihn wohl auch reparieren. Deswegen seht ihr jetzt die Reparatur. So Leute, neuer Tag und jetzt knüpfen wir uns den Anhänger vor. Er ist voll, aber ja, unsere schöne Box ist kaputt. Daher haben wir jetzt hier zwei Kartons und dann machen wir uns ran und reparieren das. So, wir fangen an. Es ist ziemlich zerbeult. Aber die erste Schraube machen wir jetzt ab. Und dann holen wir euch im nächsten großen Schritt dazu. eine neue beginnt dann bald da ist ein bisschen was eingedellt da sich diese stangen hier unten auch verbogen hat tauschen wir die auch aus wie eine neue und dann kommen die kisten darauf so stangen ist fest habt ihr gerade im zeitraffer gesehen kiste nummer eins steht drauf sie doch richtig aus ja kiste nummero 2 steht drauf passt wie angegossen anzeichnen anschrauben und dann sind wir tatsächlich schon fertig so kisten angeschraubt bin gerade runter vorgekrochen papa ist schon am einräumen fleißig anscheinend wird die von hier aus linke kiste für die gurte die rechte für die magneten das heißt jetzt geht es ans einräumen dann sind wir tatsächlich schon fertig so es ist geschafft wir sind fertig wir haben beide neuen boxen dran bepackt festgeschraubt die alte box da hier sind die magneten alle ordentlich drin ist natürlich noch platz für mehr magneten weil wer weiß was kommt ja biest fehlt noch biest fehlt noch ja guck mal hier stimmt wir haben barbarian nein ja hardcore ach so das ist hardcore ich dachte das ist ein von barbarian deswegen dann ist das wahrscheinlich terror terror und barbarian wie es fehlt wie es ist kaputt wie es ist kaputt beziehungsweise er liegt noch hier drüben kann wir mal kurz hingehen hier er ist nicht ganz kaputt zersplittert aber es hat ziemlich kaputt inzwischen aber wir haben es geschafft es geht und das war's mit dem video die auch wenn es dadurch gefallen wenn ja jetzt in dem video warum nicht in diesem video okay ja zu gewinnen gibt es ein hardcore mit seil mit käppi mit haken und allem drum und dran wir zeigen euch gleich noch das paket das packen wir jetzt noch schnell aus das könnte gewinnen um zu gewinnen lasst ihr ein abo auf instagram da schreibt hier ein kommentar warum ihr den magneten gewinnen solltet und wir entscheiden dann entweder lassen wir es wieder zufällig entscheiden oder der kommentar der uns am meisten überzeugt gewinnt den magneten dieses mal vielleicht sogar aber wir losen erst aus wenn die 15.000 abonnenten voll sind genau genau und auf instagram lasst ihr bitte auch alle ein follow da um teilzunehmen davon schickt uns dann einfach ein screenshot per instagram auch würde ich sagen oder ok abonnenten viel Untertitelung des ZDF, 2020